Hi, willkommen bei Spiel mal wieder Brettspieltests. Heute mit einem Crowdfunding-Preview. Und zwar geht es um das Kartenspiel Schmock. Das ist ein ziemlich einfaches Kartenspiel. Du kannst auf jeden Fall schon mit Kids sechs, sieben Jahren, die können gut mitspielen, in etwas größeren Runden machen. Laune, drei, vier, fünf Spieler würde ich dir schon empfehlen. Und es beruht auf einem ganz simplen Spielprinzip oder eigentlich sogar auf zwei Spielprinzipien, die du vielleicht kennst. Das allergrundlegendste sagt dir bestimmt was, wenn ich so die ein oder andere Geste hier mache. Stein, Schere, Papier. Haben wir damals, glaube ich, fast alle mal auf dem Schulhof oder in den großen Pausen dann gespielt. Zumindest war es bei mir so. Nur damals halt mit dem Prinzip, es gab nur diese drei Gesten, die man dann in der Regel zu zweit dann auch nur ausgeführt hat. Hier jetzt also mit ein paar mehr Spielern möglich. Und zu den Steinen, Schere und Papier kommen noch hinzu die Echse, der Schmock, der Vizepräsident und der Präsident. Wir haben jetzt also sieben verschiedene Karten. Und ja, duellieren uns damit. Es ist so, dass jeder am Anfang acht zufällig von den gemischten Karten auf die Hand bekommt. Und da hat man dann meistens eine bunte Mischung dabei. Und dann ist einer nach dem anderen Zugweise dran, Handkarten abzulegen. Ziel ist es, alle seine Karten loszuwerden. Dann ist man in der Runde gut durchgekommen. Und der, der als letztes noch Karten auf der Hand hat in der Runde, ist quasi der Verlierer. Das ist dann der Schmock für die Folgerunde. Welche Karten jetzt welche besiegen? Also dass der Stein die Schere besiegt, das kennen wir wahrscheinlich noch von damals. Und hier sehen wir, der Stein besiegt aber auch die Echse. Die Echse wiederum zum Beispiel besiegt das Papier und den Schmock. Also das ist immer hier links quasi gekennzeichnet, was, also das Rechte ist es. Und das hier ist eine Echsenkarte. Und die besiegt die Sachen, die dann hier links abgebildet sind. Ist also so ganz sauber klar dargestellt, dass es auch die Kinder schon gut erkennen, was was besiegt. Das muss man nicht irgendwie auswendig kennen und können. Ich muss tatsächlich bei dem Klassischen, muss ich manchmal überlegen, wenn man damals noch diesen Brunnen mit zugenommen hat. Was ist jetzt Schere, Brunnen, fällt rein und wer gewinnt da? Das ist hier halt sehr, sehr leicht ersichtlich. Ja und mit den acht Handkarten, die am Anfang jeder bekommt, muss man dann quasi, der startet, sucht sich eins aus. Das ist ja vollkommen frei, was er nehmen möchte. Es können auch mehrere Karten, wenn es die gleichen sind, sein. Spielt das quasi vor, sage ich mal. Hier eine Schere in die Mitte, natürlich wird das hier alles dann verdeckt. Man sieht keine anderen Karten außer den Ablagestapel hier. Und jetzt muss der nächste Zugreihenfolge, mein linker Spielnachbar, entweder passen, wenn er nicht kann oder möchte, oder sonst die Schere besiegen mit entweder einer Echse oder einem Papier. Hätte ich jetzt direkt mehrere ausgespielt, hier weiß ich nicht, zwei Vizepräsidenten, dann hätte jetzt auch mein linker Nachbar auch direkt zwei Karten spielen müssen, um quasi ihn zweimal zu besiegen mit der gleichen Karte, die den Vizepräsidenten besiegt. Ja, und so geht das dann reihum. Wenn alle gepasst haben, dann kriegt derjenige, der zuletzt diese quasi die obersten Karten gespielt hat, legt die einfach an die Seite ab und der darf dann neu rauskommen, die nächste Karte anspielen. Und so geht es dann Stück für Stück reihum weiter. Ja, es ist, wie gesagt, ein Crowdfunding-Projekt. Das geht jetzt bald. Also wir haben jetzt quasi Juni 2020 an den Start bei Kickstarter, der wohl weltweit größten Crowdfunding-Plattform. Und ja, wird sich natürlich über Unterstützung freuen. Wenn es was für dich ist, kannst du da mitmachen. Es ist aus Deutschland, wird auch in Deutschland produziert. Das hier ist jetzt noch ein bisschen Prototypmaterial. Also das hier ist einfach von mir ausgedruckte Spielregel. Das wird dann natürlich alles noch ein bisschen schicker und feiner. Und ja, wie so häufig beim Crowdfunding-Projekt, hast du das natürlich auch ein bisschen mit in deiner Hand, was dann am Ende genau dabei rauskommt. Vielleicht noch ein bisschen was zum Spielablauf. Hier ist es noch so, wenn die erste Runde gespielt ist, dann der Schmock wurde ja bestimmt, der Verlierer der Runde. Der hat einen Einfluss auf die Folgerunde. Da tauscht dann quasi der Verlierer mit dem Gewinner, dem Präsidenten dann der letzten Runde, der zuerst alle Karten losgeworden ist, einen Teil ihrer Karten. Wenn du ab vier Spielern spielst, tauscht auch noch der zweite mit dem vorletzten ein paar Karten für die Folgerunden. Und so kann man das im Prinzip so lange spielen, wie man möchte. Oder man einigt sich einfach darauf, dass man bis x Gewinnerrunden oder so spielen möchte. So, da ist man ziemlich frei, so wie es einem gerade beliebt. Das ist also Schmock, ein Kartenspiel. Ja, ein schönes, feines, kleines, was man immer gut mal mitnehmen kann. Kein großes Strategiefeuerwerk. Wenn du ein Denker bist, der jetzt irgendwie eine Schachalternative sucht, ist das sicherlich nicht das Richtige für dich. Wenn du noch ein bisschen Spaß am schönen Spieleabend mit Familie, Freunden suchst, da ist Schmock schon viel eher was für dich. Das war's also von mir und wir sehen, hören uns hoffentlich bald mal wieder auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ciao!